Du bist Rang 6 mit Lou in Deutschland? Nein, wir sind bei 2 in Deutschland. Am 26. November um 19 Uhr kommt mein eigenes Weihnachtspaket raus. In dem Paket findet ihr ein T-Shirt oder ein Hoodie, eine Tasse plus eben für die ersten 5 Art Bestellung, eine handsignierte Autogrammkarte und die Chance auf ein YouTube Video mit mir zusammen. Hey Leute, heute ist es endlich wieder so weit. Und zwar kommt heute der neue Brawler Lou raus und wir werden heute natürlich Lou auf unserem Pay-to-Win-Account freischalten und direkt auf maximales Level bringen und dann natürlich vor allem ihn heute von 0 auf 750 Trophäen pushen, also auf Rang von 25. Ihr wisst, das Ganze dauert ziemlich lange, ich glaube das letzte haben wir 5 Stunden gebraucht. Ja, deswegen bin ich sehr gespannt, wie das Ganze laufen wird und ja, auch wie das Opening natürlich jetzt verlaufen wird und wie stark der neue Brawler ist und ich würde sagen, wir legen los, ich hoffe ihr genießt das Ganze. Als allererstes wie immer genau ganz rechts im Shop, so, Crater-Code Jonas, weil wir uns erstmal den Pass kaufen. Und ich würde sagen, wir laden erstmal 2000 Gems auf, erstmal entspannte 100 Euro ausgeben, mal wieder und ja, dann legen wir los mit dem Opening. So, erste Megabox. Oh Junge, wenn wir jede Box zu leer, habe ich keinen Bock mehr auf das Opening. Münzen und Ember wieder, sehr nice. Ein paar Boxen brauchen wir noch, dass wir auch Ember das Gadget ziehen können. Wir werden wieder alle Boxen aufmachen, dann würde ich sagen, machen wir einfach wieder Megaboxen auf, als es am spannendsten ist. Let's go. Und jetzt haben wir das. Wenn wir jetzt direkt den neuen Brawler hätten, wäre es krank. Nee, natürlich nicht, okay. Das ist das Gadget für Ember, Feuer fangen und kann sich schneller rennen. Ist eigentlich nicht schlecht, Ember haben wir letztens erst freigeschaltet auf dem Account, ziemlich lucky. Okay, ich glaube im 1000 Mal Megabox Opening unter anderem, ne, haben wir das tatsächlich gezogen sogar. Die Powerpunkte heben uns mal auf, wenn wir Dings noch ziehen, wenn wir Luke ziehen würden. Wir könnten ihn jetzt auch hier kaufen, aber ich finde es halt deutlich geiler, ihn zu ziehen. 2000 Gems. Okay, erste Megabox. Zweite Megabox. Das ist nicht die blinkende 3, aber wir haben die blinkende 2. Let's go, okay. Das ist nicht ganz, was ich erhofft hätte. Die blinkende 3 ist halt echt krank, aber okay, let's go. Okay, 3, 2, 1. Go. Es ist ein Gadget, das ist aber damit mal zu rechnen. Wir haben Sprout, Gartenmulch. Bester Name. Es kann noch ein Gadget sein oder eine Star Power. Bitte, Slow. Wenn das noch Lou gewesen wäre, wir hätten mir so eine geile Box gehabt. Schade, Mann. Egal, wir haben Poco, Star Power, Dezibel Dusche. Ist auch in Ordnung, aber die wollte ich nicht. Weiter geht's. Nein, jetzt beginnt das. Das kriegen wir nur noch Münzen. Ja, es ist schon schlau. Es ist halt schon geiler für euch zum Zuschauen, ne, deswegen mache ich das ja. Aber es ist halt teuer. Wenn wir halt die blinkende 3 hätten, würde es halt für die blinkende 2 hat es schon mal ganz gut gelohnt. Och, Junge. Ich wusste nicht die Chancen überhaupt. Yes. Ja. Let's go. Dafür mache ich das. Genau dafür mache ich das. Leute, wir haben die blinkende 3. Und wenn diese Box wirklich Lou ist. Oh mein Gott. Ich hab's euch gesagt. Wir hatten das letzte Mal eine blinkende 3 und hatten Ember drin. Haben wir jetzt hier in dieser Box Lou. Wir legen los. Wir haben ein Gadget für Spike. Und eine Star Power für Pam. Und haben wir jetzt Lou. Nein. Ich weiß nicht, wir haben nicht Lou. Wir haben nicht Lou. Wir hätten eine blinkende 4 haben können. Wenn das Lou gewesen wäre. Also die blinkende 4 wäre möglich gewesen. Das ist echt unglaublich. Was machen wir? Ich würde sagen, wenn wir jetzt Lou nicht ziehen, dann... Ich weiß auch nicht. Dann würde ich fast sagen, holen wir uns den einfach ab, ne? Bitte. Das ist die letzte Box. Ein paar Gems müssen wir sowieso noch aufladen. Kommt, oder? Also, nochmal so 50 Euro gehen noch. Ja komm, so 5 gehen noch. Yes! Let's go. Da haben wir ihn. Oh mein Gott, ey. Ja, ich konnte nicht anders. Die Sucht war nicht aufzuhalten, Leute. Wir ziehen Lou aus der Box und können jetzt noch Star Power und Gadget ziehen. Um ihn dann natürlich auf maximales Level zu bringen. Denn wir wollen heute ja noch von 0 auf 750 Trophäen bringen. Nicht vergessen, das Opening ist ja nicht der Hauptteil des Videos, ne? Die Hauptsache kommt ja jetzt erst mit dem Push. Megavox. Wir haben was, come on. Wir haben das Gadget für Lou. Iceblog. Wir haben damit ein Schild für eine Sekunde lang. Sehr, sehr nice. Schon mal wichtig. Aber jetzt brauchen wir natürlich noch die Star Power. Ich überlege gerade. Also langsam ist es aber auch echt ein bisschen lächerlich, oder? Also kommt. Oh mein Gott, ey. Der Skin ist übel nice. Der Skin ist übel nice. Okay, König Lou haben wir damit. Aber wir haben immer noch nicht. Es ist echt unmöglich. Also es ist doch eher das echte Witz jetzt. Leider, komm. Ich drücke. ETF. ETF. Das sind 2000 Gems und das Star Power. Wir ziehen wirklich alles. Außer die Star Power, die wir brauchen. Ich meinte noch so. Ja, wir laden 2000 Gems auf. Dann kann ich mir die aufheben für die nächsten Folgen. Jetzt sind die 2000 Gems gleich leer. Und es war's. Das ist nicht wahr. Das kann nicht wahr sein. Das ist komplett wirklich. Der Chat kann es auch nicht fassen. Der Chat kann es auch nicht fassen. Ne, also langsam ist es ungesund. 400 Euro lang. Also Leute, das Video muss viral gehen. Ganz ehrlich. Also. Aber ich will die Star Power unbedingt. Aber ich kann noch nicht so. Ich will auch nur die Star Power. Junge. Was ist. Oh mein Gott. Wenn da jetzt nicht die Star Power von Dings dabei ist. Da weiß ich auch nicht. Die zweite blinkende 3 heute. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Let's go. Aber was soll ich dazu sagen. Let's go. Komm. Wir gehen rein. Sprout Gadget. Sandy Star Power. Bitte. 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 Oh Junge. Ich bin erstmal raus. Sorry. Aber das ist lächerlich. Das ist lächerlich. Also. Gems müssen wir sowieso nochmal aufladen. Auch für zukünftige Openings. Aber ich kann es eigentlich. Also die 2000 Gems kann ich jetzt nicht nochmal. Komplett auf. Also. Oh mein Gott. Ich will damit auch nicht weit. 500 Euro oder so. Das kann mir nicht bringen. Also es ist wirklich. Das hört auch aus. Das kann nicht sein. Ich meine. Wir ziehen 15 Stück oder so. Das kann nicht sein. Das ist. Das ist. Das ist. Das ist mir noch nie passiert. Das ist halt die ganze Zeit. Die letzte Megabox. Ich kann. Ich muss. Ich muss aufhören. Ich muss aufhören. Aber wir müssen aufhören. Es ist echt. Also nach den 2000 Gems hören wir wirklich auf. Okay. Das kann ich nicht bringen. Das kann ich wirklich nicht bringen. Also wirklich nicht. Irgendwo ist Schluss. Aber 4 Euro pro Box und wir kriegen nie was. Wir legen los. Erste Runde mit Loom. Ich bin sehr gespannt. Wie ich sage. Der neue Brawler ist. Ja. Habe ich auch gedacht. Jetzt haben wir jetzt auch aktiviert. Und bin dann total los reingelaufen. Ja. Also Brawler fühle ich uns doch überhaupt nicht. Muss ich sagen. Oh. Schade. Jawohl. Ich glaube ich schaffe es zu. Ein bisschen los geschossen. Aber egal. Jetzt kommt. 2 zu 1. Bisher noch kein einziges Mal verloren. Aber gut. Ich meine. Wir sind es erst mal auf 100 Trophäen. Es ist echt so nice. Ich kann mir gefühlt echt auf die drauflaufen. Und wenn die mich dann hitten wollen. Kann ich einfach das Gadget anmachen. Also das Gadget ist echt. Du kannst ja gut die Hits rausbaten. Ja. Gerade am Ende in der entscheidenden Szene ist so. Ja. Das war jetzt eigentlich eine gute Wand von mir. Jawohl. Das ist nervig. Ja. Das schaffst du. Let's go. Alter. Ja. Jetzt haben wir hier die 30 Sekunden Wins. Sehr nice. Danke auch an Verena für das Abo. Genau. Wie immer Leute. Alle neuen Abos werden oben. Oben rechts eingeblendet. Für Showdown ist Luz schon lost. Aber wenn wir noch so low sind. Geht es schon fehlt irgendwie. Oh ja. Jetzt sie angreifen. Schade. Schild. Sie jetzt schlittern lassen. Ach komm. Komm auf den Nani. Komm nach oben. Dring ihn rein. Yes. Let's go. Sehr nice. Nani ist auch gerade gelaufen einfach. Richtig geil. Ich bin wieder da. Ich komme jetzt mit WLAN ran. Das ging ja auch die ganze Zeit vorher. Ich weiß nicht. Wenn ich jetzt in so einen Carl Face oder irgendeinen anderen Distanz-Sportler oder so ein Block oder was auch immer. Das ist schwierig. Das ist schwierig. Muss man wirklich sagen. Also irgendwie. Ich wusste nicht so ganz. Eigentlich. Wenn ich die Dings guter will, ist es halt geil. Okay. Oh gut. Das soll jetzt auch ein Lost-Fall auch sein. Aber wenn man halt die. Slow ist natürlich sehr, sehr krass. Das Slow ist halt sehr, sehr heavy. Das stimmt. Oh. Lost-Fall. Tor, Tor, Tor. Oh, sehr stark. Sehr schön. Da mir auch sehr gut vorstellen, der neue Crawler mit irgendwie B oder Proc, weil wenn die geslowed sind, triffst du ja zu 100% zu. Genau. Ja, stimmt. LOL. WTF hast du recht? Ja. 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 Ich würde ganz gerne meinen Cutter werden, Johans Cutter. Ja, nee. Also eigentlich wollte ich studieren dieses Jahr, aber YouTube läuft halt so krass aktuell, muss man wirklich sagen. Also da habe ich mich auch gefragt, je mehr bist du geisteskrank. Ich meine, wenn man auf 1200 pushen, ich meine, das ist ja schon so viel. Das sind 200 Trophäen überrang 30. Das ist ja schon so schwer. Ja. Eieieiei. Übrigens, wir sind gerade im entscheidenden Match für 500, ne? Ich glaube, es ist gut. In der Welt. Ja. Und das nach eineinhalb Stunden. Also wir sind echt super im Zeitraum. Hätte ich nicht gedacht. Wir sind gut im Zeitplan. Das freut mich zu hören, Johan. Ja, ja, ja. Der Zeitplan ist richtig, Tobi. Du weißt. Meistens sind ja nicht im Zeitplan. Ja, das ist ja echt so. Deswegen. Obwohl wir auch ein bisschen verkackt haben. Also die Runden laufen jetzt so clean. Let's go. Ich würde gerne mal den Zeitplan von Jonas sehen, ey. Ja, mein Zeitplan heißt es win. Zeitstreit. Ich glaube, Jonas hat viele Zeitpläne, ja? Ich habe halt echt keine Minute geschlafen, ey. Das ist echt so hard lost. Let's go. Alter, wenn wir in dem Tempo weitermachen. Du bist Rang 6 mit Lou in Deutschland, nein. Was? Nee, ich kann sich nicht vorstellen. Doch, das kann sein. Doch, das kann sein. Lol, weil es nicht so viele Fragen. Oh mein Gott. Ja, ja. Oh mein Gott. Lass uns nachschauen. Oh mein Gott, warte, ist das jetzt bitte? Ey, stell dir vor, du kannst Platz 1. Ja, ich überlege halt gerade, genau. Platz 1 in Deutschland. Ja, das habe ich glaube ich. 591, das kannst du schaffen, Jonas. Das, let's go. Come on. Oh mein Gott. Lass uns mit Deutschland. Let's go, komm, 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 komm. War ein bisschen unnötig, aber egal. Let's go. Sehr geil, ich will schon mal switchen. GG. Was auch brauchst du? Ja. Junge, die rutscht so weg, das ist krank, wirklich. Sehr nice. Okay, ich würde sagen, wir switchen kurz um. Oder wir sind jetzt auch bei 550, glaube ich. Ja. Ja. Let's go, sehr geil. Soll ich auch mal in den 2er-Count gehen? Ja, ja, genau. Schau ganz schnell. Wir sind Platz 2 in Deutschland. Und der hat verloren. Uns fehlen noch 22, nee, 24 Trophäen für Platz 1 in Deutschland. Was geht ab? Der Kurs geht raus. Vielen lieben Dank. Das ist ein krass, denn werden wir wahrscheinlich heute im Laufe des Tages Platz 1 sein und dann von Lukas wahrscheinlich überholt werden später, predicte ich schon mal. Ja, aktuell bist du dann der beste deutsche Spieler mit Lu. Ja, 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 klar. Ich bin der allerbeste deutsche Spieler. Das ist offiziell. Das ist offiziell da. Ja, ja, ja. Let's go. Let's go. Jetzt schauen, haben wir es. Jetzt sind wir alleine Platz 1 in zum ersten Mal. Besten Listen, regionale Brawler. Wir sind alleine mit 4 Trophäen. Ah, ich glaube der pusht Showdown. Der pusht Showdown. Aber ich fühle jetzt auch auf einem ganz anderen Level Dings. Jetzt langsam auch immer. Und du, ich war vorhin so schlecht mit dem Brawler. Jetzt bin ich echt, ja, nicht gut, aber besser als von uns. Schau. Oh, nice. In Österreich sind wir in Loll, achso. Klass. Aber Österreich ist ja nicht für die Drangliste interessant. Das ist ja nur DE. Richtige Hit. Klass. Oh, die spielen wir auch echt richtig nervig gut. Come on, come on. Ja. Yes. Let's go. Wir haben jedes Mal geschafft, es trotzdem noch zu gewinnen. 650, ganz kurz die Rangliste. Aber wir haben gerade echt eine heftige Streak am Laufen. Also ich fand gerade echt gerade, also ich finde es halt auch krass, dass wir bisher immer noch ungeschlagen weiterkommen. Ja, oh mein Gott, da kommt nicht voran. Wir sind 60 Trophäen vorne auf Platz 1 jetzt. Let's go. Oh, Junge, ich sehe schon, wie ich passiert werde. Oh mein Gott, ey. Klapp, Tor. Oh mein Gott, echt? Oh, SEA ist ja krass gespielt. Boah, stark, ja, wirklich. Ey, E-Mail ist gerade gut am Hasieren, muss man sagen. Ja, ja. Du bist gut eingefühlt mit euch, das merkt man. Danke. Ich bin durch, Mitte. Ja, mein Fehler ist gerade im Fall. Schön. Oh mein Gott, E-Mail. Gerade mal GG für E-Mail gerade. Ja, aber war ein Fehler auch mal gemacht. Aber trotzdem GG. Erstes Mal Rang 24, das heißt, wir müssen nur noch einen Rang schaffen, dann haben wir es. Wir müssen nur die Catches eins nach dem anderen. Ähm, come on. Du musst eigentlich scoren, du musst eigentlich scoren. Ja, ja, du kannst scoren, nice. Ja gut, ich habe auch zwei Catches gebetet. Let's go. Gut, jetzt bin ich absolut los. Ich glaube, was das sollte, was ich auch nicht gerade lost. Was habt ihr? Oh, Ulti. Ja, ja, aber Tobi hat's. Ja. Die Ulti hat mich getriggert. Ich wusste, ich überlebe drei Hits, aber mit der Ulti nicht. 740 Trophäen. Das sind zehn Trophäen für Rang 25 in insgesamt zweieinhalb Stunden bisher. Yo, Taha hatte Ulti, da habe ich. Ja, stimmt. Auch, Kaste. Alles klar. Die ist down, die ist down, die ist down. Ja, ja. Snale, Snale. Ich freue mich nochmal. Respawn, let's go. Okay, okay. Ein. Ein Win. Einen fahren wir noch. Hat den Ball noch? Hat den weggeschmitten. Die Ecke, ja. Oh mein Gott. Die ist wichtig, die Fläche. Die Fläche ist wichtig. Let's go. Könnt es dadurch vielleicht treffen? Ich hoffe es. Jungs, die Fläche ist so wichtig gewesen in der DTF. Let's go, die Fläche hat's einfach gecarried. Schade, dass der Frost sich drauf wirkt wegen, weil ich keine Star-Power habe. Das nervt, das ist schön. Der Rutsch, das sieht gut aus. Ich passe rechts. Ja. Und links. Yes! Genau so. Let's go. Schön. In unter 3 Stunden von 0 auf 750 Trophäen mit Lou. Wir haben es geschafft. Geiler, 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 geiles, geiler, geiler Push, geiles Video. Ein geiler Push. 750 Trophäen. GG. Danke an Tobi und Ebenen. Auch beide in der Beschreibung verlinkt. Könnt ihr gerne auschecken. Leute, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Nicht vergessen, in 2 Tagen kommt der neue Merch raus. Das Weihnachtspaket. Könnt ihr gerne auschecken. Auch in der Beschreibung verlinkt. Und ja, haut rein. Danke für den Support. Geiles Video. Und ja, ciao.